Penis! Penis! Mal gucken, wie Tag wird! Okay, finden wir es heraus, nicht wahr? Auf jeden! Was geht da, Pellite? Ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Nebenformat, was komischerweise die meisten Klicks bekommt. Letzten Samstag habe ich euch ein Tutorial gegeben, wie mein Psychokiller wird. Wer zum Teufel macht so komische Videos? Und heute schauen wir einfach mal, was ihr dazu so kommentiert habt. Mann, das ist ein richtig geiler Kommentar von dir! Nur weiter so! Jetzt weiß ich endlich, wie es geht. Zeo, wo wohnst du eigentlich? Ich glaube, der will das neu erlernte Wissen an dir ausprobieren. Also, ich wohne hinter dem Mond. Uh! Nochmal gerettet! Du wohnst in München? Ich wohne auch in München! Junge, warum sagst du das so laut? Die Lache ist mal echt cool! Meine Mutter hat gesagt, ich darf dir nicht wehtun, aber... Aber diese hier ist besser! Kugelschreiber sind aber nicht so schlimm wie Zirkel. Sowas lernt man in der Schule. Auf was für eine Schule gehst du denn? Ist der Joker in Batman The Dark Knight auch ein bisschen psychomäßig? Ich glaube, deshalb liebe ich den Film so sehr. Oh, dann wird dir das Video diesen Samstag echt gefallen. Ich will ja nicht zu viel verraten, aber ich hab noch einen Joker im Ärmel. Würde dich auch gerne mal hören, wie du Gruselgeschichten erzählst. Und als er am nächsten Tag online ging, waren seine ganzen Abonnenten weg. Okay, das ist wohl nur gruselig, wenn mein YouTuber ist. Ich schau gerade Simpsons an. Dir ist schon klasse, das Ganze da unten nicht deine Facebook-Pillwand ist. In meiner Freizeit umarme ich gerne Bäume und erzähle ihnen, was so an diesem Tag geschehen ist. Die Personenbeschreibung ist da unten auch nicht. Und warum redest du mit Bäumen? Und warum zum Teufel gerade dieses Kommentar so viele Likes? Na gut, dann würde ich sagen, es wird Zeit für... Community vs. CEO! Ihr habt mir mal wieder viele Aufgaben gestellt und diese werde ich erfüllen. Mach ein Dubstep-Remix von dem Gesicht in den Kuchen klatschen oder auf Bananenschale ausrutschen. Na gut, viel Spaß damit! Okay, ihr könnt mir nun wieder Aufgaben stellen und dieses Mal mit dem Thema... Horror! Denkt euch was aus und seid kreativ, es muss nur irgendwie mit Horror zu tun haben. So, dann würde ich gerne mal wissen, wer dieses Mal Abonnent der Woche ist. Der Fan-Thunder sagt Francesca Kastner. Freut mich total, dass du mich so sehr unterstützt. Ich habe sogar schon eine Idee, was ich als 10.000 Abonnenten-Special mache. Und wenn ihr mich weiterhin so fleißig unterstützt, wird es sicher auch bald soweit sein. Es gibt noch eine kleine Überraschung für euch am Ende der Endcard. Hehehe! Falls euch das Video hat gefallen, gebt mir Daumen hoch! Tretet jetzt Zeolite bei, falls ihr noch nicht seid. Und alle Links zu Twitter, Facebook, Instagram und Co. sind alle in der Beschreibung. Hier drüben geht es weiter mit meinem Horror-Tutorial, darunter mit einem One-Taker. Der ist zwar kurz, aber lustig. Und wiederum darunter mein Gaming-Kanal. Er zockt momentan Hexit und ich rede über ein grünfarbenes Bier. Mit einem Kommentar schafft ihr es vielleicht in die nächste Folge und dann sehen wir uns schon am Mittwoch. Bis dahin, noch viel Spaß auf YouTube und... Ciao! Yeah, 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 yeah!